Ja, moin, ich bin's. Hallo, Inkasso-Mann. Wie? Keine Zeit? Du hast für Sören Schnabel, Musikproduzent, immer Zeit. Wie RTL will nicht zahlen. Und du ziehst den Schwanz ein? Was bist du denn für eine kleine Drecksau, du? Also ganz ehrlich, weißt du, wenn das so ist, ja? Wenn du Scheiße baust, dann werde ich mir jemand anders holen, der das professionell macht. RTL wird schon die Millionen bezahlen. Ich hab da gar kein Problem, dieses hässliche Eidergeschwür von RTL. Ja, tschüss.